Ich habe mir mitten in der Nacht, ohne gründlich darüber nachzudenken, für 500 Euro den Lisen Aero bestellt und ich hoffe, ich habe mein Geld nicht verschwendet. Hier sind verschiedene Aufsätze drin. Ich habe meine Haare gerade gewaschen und ich glaube, deswegen benutze ich zuerst das hier. Das ist einfach, glaube ich, erstmal so ein Föhn nur. Das war gerade in der Bürste. I love that. Jetzt natürlich der Grund, warum ich das Ding gekauft habe. Die Locken. Ich habe absolut keinen Plan, wie ich das mache. Okay, circa 10 Minuten später. Ich war hier gerade noch ganz viel Haspel rein. I love it.